ich sage hallo und willkommen zur ersten dlc folge ja ich habe das spiel ja mit dlcs gekauft und ich würde sagen ohne lang zu quatschen legen wir einfach mal los mit dem ersten kapitel vom dlc ein fortschritt im aktuellen kapitel wird zurückgesetzt bist du sicher ja ist okay ich weiß gerade nicht mal wie das dlc heißt oder wer wir überhaupt sind hui wir sind offensichtlich dieser recht flinke junge gerne ja 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 Er sucht der Langärmliche, ist dem Kind gefolgt. Schade, ich kann nicht weiter gucken. Das hätte mich jetzt tatsächlich interessiert. Ich hätte jetzt gedacht, dass er dem Mädchen hinterherläuft, das wir gespielt haben. Okay. Okay. Hey. Es springt ja nur in eine Richtung. Ah. Ähm. Hast du gerade so eine Made? Ja. Dass ein Mädchen das flüchten will. Aber das war nicht die junge Dame, die wir eben gespielt haben. Ja. 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 Das Mädchen ist mit der Taschennappe abgehauen. Okay. Okay. Hm. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wir folgen einfach mal. Oh Mann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Diese ekelhaften Würmer Diese ekelhaften Würmer Diese ekelhaften Würmer Was sind wir jetzt mit ihm unterwegs? Diese ekelhaften Würmer Ah! Was ist das? Wo kam das Vieh denn her? Wo kam das Vieh denn her? Wo kam das? 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 oh man warum klettert er denn wie so ein blöder warum klettert er nicht einfach hoch ich verstehe das nicht einfach klettern junge einfach klettern klettert er Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020